So, ich hab ja dann jetzt mal die Steam-Community einfach mal abgeschaltet. Die ging mir dann doch ein wenig auf den Nerv. Formal ich mir das auch noch... ...ähm, so nicht gewünscht habe. Ohm, bitte mal runter. Danke. Das geht mir jetzt echt derbs auf den Zeiger hier wieder. So eine Fesselspiele hier. Warte mal. Na, schade, da kommen wir nicht hoch. Aber da kommen wir rauf. Ja, nochmal zurück, bitte. Danke. So, jetzt müssen wir natürlich da hoch. Warte mal, ernst genau müssten wir eigentlich... ...da rüber irgendwie. Wie war denn der Kack? Oh mein, du blöde Kolben, du blöder Kolben, du. Geh da weg. Oh mein, du blöde Kolben. Was ist das? Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Warum? Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh Mann, ja. Kommen Sie noch einfach zurück? Nee. Aber schon lustig, wo diese Aperture Science Dinger alle rumstehen. Das könnte jetzt ganz böse enden. Na, tut's nicht. Ha, bin gut. So, dann müssen wir jetzt hier einfach mal runterspringen. Das steht ja schon da, so Jackass-mäßig. Oh, das wäre jetzt ein guter Sprung gewesen, wenn nicht dieser Ladebildschirm hier kommen wäre. Wäre das ein 1a super Sprunggrad gewesen. Aber nee, da kommt der Lade-Datenbalken. So. Wer braucht Computer, der kann sich hier gerne welche nehmen. Was steht hier? Help. Na, mit einem inklusiven Help-Schriftzug. Also, zuschlagen. 1 Euro der Rechner. Extra Aperture Science speziell an... Näh, das riecht nach Falle. Stinkt nach Falle. Das ist eine Falle. Na komm, löst dich. Stellen wir uns mal hier hin. Nein! Diese blöde Source-Engine ist... Ich mich auch nicht. Ich verzeih mir doch auch. Das brauchst du mir nicht extra sagen. Wieso? Na, darum... Äh... Jaja, wir müssten... Da durften wir nicht durch. Aber bei dem anderen, wo der Kran halt war, da müssen wir schon irgendwie lang. Äh... Da nehmen wir das orange in der Portal. Dann geht's leichter. Aber wie jetzt da lang durch? Das war schon mal ein Satz mit X. Das war wohl nix. Da ist was. Genau. Ah, die sind kaputt. Sie sind kein guter Mensch. Das wissen Sie, oder? Das ist mal relativ. Ja. Gute Menschen landen nicht hier. Da bist du. Zielfern. Hören Sie mich? Nö. Und tschüss. Und tschüss. Können Sie bitte hier kommen? Nee. Hast du gehört. Bin böse. Scheiße. Ich bin... richtig young, doch. Ähm... Das einzige, wie das jetzt funktionieren kann, ist, wenn ich... Das könnte... ...wirklich funktionieren. Äh, dann tut's natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Ich hab keinen Plan, ob das funktionieren wird. Ey, das hasse ich doch wohl nicht. Und war schon so richtig gedacht. Hallo? Hi. Ja, nee, ist schon klar. Ging's da nicht irgendwie weiter? Ach, Mensch, sei doch mal still. Du gehst mir leider aus dem Zeiger. Ja, ist doch schön. Ja, ist doch schön. Freu dich. Freu dich, du hast ein Ziel verloren. Hm? Hallo? Nee, Alter. Ich glaub das ja wohl. Da kann ich doch sicher rüberjumpen. Hä? Auf die einfachsten Dinge komm ich natürlich nicht. Aber... Hey, du kleine Fotzer. Hab ich doch. Ja, fahr doch mal runter. Machen wir jetzt einen Satz mit X. Das war wohl nix. So, dann gehen wir jetzt hier durch. Uäh. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Hä? Hat aber funktioniert. Sah gut aus. Stylish. Hat war's. Es muss dir nicht so kommen. Natürlich muss es so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte sie. Ja, 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 ja. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich. Stimmt's? Ja. Das ist die letzte Chance. Hi. Ich mag nicht so Kuchen, aber... Hast du fein gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich getroffen habe, aber ich guck noch mal nach. Wann mal. Den hast du schön daneben mir sitzt, du Arsch. Hallo. Hier braucht man nämlich, glaube ich, wieder... Ah, die Stelle finde ich doof. Ah. Aber die Stelle finde ich auch nur deswegen doof, weil man hier mit diesen, ähm, Stühlen rumrennen muss. Ähm, hatte ich nicht. Hatte ich. Man muss hier nämlich mit diesen Stühlen rumrennen. Die erstmal hier absondern. Mann. Blöde Wand. Und dann da reinklettern. Und das finde ich einfach so kacke gemacht. Mann, das war jetzt knapp, Alter. Ah, so geht das schon mal. Ging ja auf Anhieb. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, ich balle einfach mal so lange, bis ich, wie ihr sagt, durchtreffe. Hat ja auch gerade diese Prima geklappt. Ah, dann eben nicht. Das machen wir so. Schick. Bäh. Ich vollidiot. Da war da noch was. Oh, Mensch. Schon wieder dieser Lade-Datenbalken. Und Portal ist bald durch. Toll. Aber schickes Mini-Projekt. Muss man schon sagen. Na komm, Lade-Datenbalken. Komm durch. Zieh durch. Zieh. Zieh, Brauner. Komm. Mann, Mann, Mann. Warten. Warten. Finde ich nicht gut. Ladebalken bitte raus für Half-Life 3. Nicht scheen. Geht doch. Hihi. Ähm, da hoch, ja? Dann machen wir das da hoch. Waaat. Geht doch. Ähm, ich hab keine Ahnung, was das ist, aber es sieht aus wie scheiße. Und... Und... Es fühlt sich auch an wie kacke. Nein. Nicht so... Ich hab keine Ahnung.